Servus Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Formule 1 2013 mit Kalle wieder. Yeah, was geht. So, hier könnt ihr euch nochmal schnell angucken, die Fahrer-WM. Ich bin ganz knapp mit Vettel, ey, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Ja, und ich bin immer Neuerster. Ja, aber gerade so noch. So, aber Konstrukteur natürlich noch erst natürlich, easy, gell. So, und jetzt sind wir in ein paar rein, und ja, würde ich mal sagen, starten wir mal. Ja, man, jetzt wird wieder Schad genudelt, ja. Genudelt, ey, oh. Ach, geil. Beendete Runden, 1.152, ey. So viele Runden hast du noch nie gemacht, ey. Platzierungen außerhalb Top 20 zweimal. Oh. Ja, das ist immer die, das sind immer nur die, wo die Strecken so eng sind, weißt du. Ja, 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 kenn ich schon, kenn ich schon. Monaco und, ähm. Und das andere Monaco. So, haben wir hier irgendwas? Nein, haben wir nicht. Können wir eigentlich so gleich eigentlich überspringen. Ja, oh man. Ich hab jetzt gar geguckt, ob wir jetzt Qualifying oder Rennregen haben. Ich auch nicht. Punkte pro Schnitt pro Renn, 14 Punkte, das ist nicht schlecht. So. Auf Kaufpartner warten, so. So. Mal gucken. Oh, Regen wird jetzt nicht nice. Wir haben kein Regen. Was, bei Mercedes gibt's nur 1, 2, 3, 4, 5 Fahrschuss. Ja, es ist mir gerade auch aufgefallen. Alter, bei Ferrari gibt's ja auch. Ich weiß nicht, wie viel. Ist ja ein Schritt. Ja. So, wie sieht denn hier Team-internes Duell aus? Ich führe mit 3 zu 5. Und mit 1, 5 bist du ja schon der beste Montanier von uns, ey. Ja, du besiegst mich noch mal in Qualifying. Ich krieg nie die schnellsten Rennen. Die schnellste Runden habe ich 3 von 0. Sieg in Qualifying, 3 von 0. Ja. Jetzt hier, ähm, Rennbesiegzeit. Auch nochmal ein ganzes Jahr. Also, ich bin mit dem Auto schon groß geworden eigentlich. Karrieremodus weiß ich gerade mal ein Rennen, Toro Rosso. Toro Rosso, Schwester-Team von Red Bull. Blá 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 blá. Boah. Mit 308, 307. Ja, ich war im zweiten Sektor, fast eine Sekunde schneller als du. Echt? Ja. Ich habe 1, 1, 1, 1, 2, 3. Ich fahre hier gerade mit 151 lang. Wow, du mir lagst gerade. Oh, ich bin ganz knapp vor dir. Ja. Ja, 2 hundertste Sekunde. Und so sieht es dann am Ende aus. Erstmal zieht der Mr. Klein natürlich und in der zweiten Position seinen Teamkollege E-Crain, Mercedes, ein Schiebetronner, das Formula 1-Team. Tritt das natürlich wieder in Baselfeld. Aber das war natürlich das erste Qualifying. Jetzt kommt natürlich das zweite. Und mal gucken, wie es sei denn jetzt. Ja, die Boxer natürlich nicht alles, wir auch nicht, aber... Er ist zum letzten dann erst wieder. Ja, man, da würde ich aggressiv gefahren, Junge. Da wird voll genudelt, ey. Ja, man. Gleich mal ruf. Was bin ich gefahren? 1, 38 oder 36? Äh, 1... Boah, weiß ich ja auch nicht. 1, 38, ja. Ja, ja. 1, 38, 5. Wie Ferrari gleich mit rausfährt, ey. Lotus auch? Alter, was geht denn hier ab? So, jetzt zweite Qualifying-Grohung fahren nicht so früh raus. Fabel. Bist du easy laufen hier jetzt, äh... Ganz easy. Ohhhhhhhhhh... Mein Fehler hier in der ersten Kurve war richtig bitter, Alter. Ja. Oh, 1, 36, 8, Junge. Oh, ich bin 1, 37. Naja, geht aber so noch. Boah. Oh, siehst du noch gewohnt, oh. Alter. Ja, gerade hier so eine 8er hier, ja. Jetzt geht es ab zum dritten Qualifying, ja. Ja, Mann. Oh, ja, komm, 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 komm. Und... Oh, ja, Mann. Erster. Oh, ich bin 4, Alter, ey. Oh, ich bin 1, 3. Ja, Mann hat sich auf Platz 1 geschoben. 1, 1. Startreihe. Ey, ich muss noch eine geile Runde fahren. Noch eine geile Runde. Also richtig geil, sagst du? Ja, also richtig geil mäßig. Ich war in beiden Sektoren alles so langsam. Im zweiten Sektor hatte ich Lila-Zahl. Oh, yeah. Come on, come on. Let's do this. Ersten Sektor war ich wieder schneller. Diesmal bin ich aber im zweiten Sektor ein bisschen langsamer. Ah, fuck you. Speed. Los, jetzt. Ich glaube, ich bleib beim ersten Platz single. Du meinst zweiter. Du Stückhut, Alter. Ey, was ist das Ding? Einmal bin ich erster, ja. Kann ich einmal die Zeit genießen, kommt der Spaß wieder hin. Ich bin dein Team-Kollege, ja. Du musst feiern. Ja, mein Team-Kollege ist erster. Wow, yeah. Gib mir ein Babybel, yeah. Oh, yeah. Erster und Zweiter. Der Spanier ist wieder dritter. Wuhu. Aber auch nur ganz knapp ist er wieder erster, ey. Ah, Hülkenberg ist neunter. Gib mir reikön. Oh, siebter. Persisenter. Oh, ja, da geben wir uns die geile Hand, ja. Oh, ja, da geben wir uns die geile Hand, ja. Und, ja, meine geile Faust, ja, ey, ja, Mann. Ja, mein geiler Helm, Mann. Ja, mein geiler Helm. Ja, sein geiler Helm. Ja, 80 FPS nicht mehr, und ein Schminiger, Junge. Auf Kurp-Partner. Wann willst du in die Box rein? Ja. Äh, warte, hatte ich doch gerade, äh, 6. Ich mach auch mal das sechste. Ready? Mal gucken, wie meine Reifen sind. Äh... Ja, ich muss es halt machen. Geht auf die Strecke. Ja, wo siehst du deine Reife? Ah, härtere Mischung. Okay. Let's do this, meine Schwester. Let's do this. Yes. OH... 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 aber was soll das und der Masse sind ganz gut aus die Post Posten ich zieh gleich nach in Neul was hat ihr alles so besser als ich ich bin n hau ja der Dr was der Strafe Alter ist das dein Ernst also ich fahre Strafe innerhalb drei Runden antreten nice nice nächsten drei Runden kann ich was dafür wenn der auf einmal nach ins zieht sonst wäre ich schon Kies gefahren das ist es halt das ist auch wie im Echten die Autos die berühren sich gar nicht also die Profis die versuchen sich kein bisschen zu berühren und hier ins Spiel naja geht es ja noch so gerade noch so komm wir jetzt mal reinfahren innerhalb der nächsten drei Runden oder so ich versuche erstmal hier ne Runde Abstand von euch zu halten ich hab dich extra nicht gewohlen lassen damit du bisschen frei hast oh Kalle 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 alter jetzt schon der Bock mehr auf den Shit die schon wieder ha 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 er ist die Strafen von Kalle überhüll mich nein 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 ich bleib schön hinter dir nein 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 das kam warte pass auf ich bremse jetzt ich bremse schon ein bisschen früher aber als du muss ich jetzt da rein? ehm du hast noch 3 Runden Zeit scheiß Ferrari alter warum Ferrari es war der Vettel oder? ja Vettel aber ich mein jetzt die Ferrari das die so nah wiederkommen ne oh mir gerade aufgefallen Oh my goodness, mal gucken, vielleicht komm ich noch hinterher, vielleicht noch nicht Crane! Mit deinen kleinen Symbolen, Alter, ey Ja man Oh, gedriftet Habs gesehen Aho, Kalle, Kalle, wirst du die Führung beibehalten, die Fahrer-WM Mal gucken, vielleicht, vielleicht schon nicht Ich will nicht, dass mich gleich zu viele überholen, weißt du, darauf habe ich keinen Bock mehr Ich glaube, nächste Runde musst du reinfahren Ich weiß Dann mach nur eine Runde und dann geht der andere rein Ja, ich muss da nochmal reingehen Wegen, äh Reifen wechseln Ja Das ist mein Sprit plus zwei Runden Ich hab zwei Runden, Alter, lol Könnte ich eigentlich fett fahren jetzt so schnell, ne? Könntest du machen Mach ich jetzt aber Ich hab zwei Runden gewusst Oh, ich muss ja noch Kers benutzen Läu, wie schnell Ferrari kommt, Alter Ja Wie euch beide darum wettelt Wenn du weniger als eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist Oh, Kalle, ja, jetzt, jetzt willst du es aber wissen, ja Ja, Mann Alter Du hast gerade die schnellste Rennrunde hingelegt Du hast gerade die schnellste Rennrunde hingelegt Oh Gott Was warst du da? Nix Du hast die schnellste Rennrunde, weiter so Scheiß Vettel, Alter Nur wegen dem, äh Ich wollt schon sagen, irgendwann muss doch Kalle immer mit ne Strafe mal kommen, ey Oh, oh Sonjaaaa Oh, lila Zahl Nice Nützt mir zwar nichts Naja, weiß man immer nicht so Kann ich eigentlich wieder auf Standard fahren Ich bin auch plus eine Runde Ja Aus der Rennrunde gleich Jo Ah, der bringt sich immer auch von der Kammer ab, ey Was war der shit Erster, seiner, der dritte, der vierte, der bis fünfter, oder? Oh, oh Keine Ahnung Ganz viele Nein Besuch einfach nah drauf Windschatten und dann Rüber ziehen Eigentlich bettel mich schon wieder mit dem Ferrari, aber diesmal ist das Masse, ey Alter Schwede Kann doch net sein, hier Ja Scho, Mann, Reifen sieht noch gut aus Ich bin neunter Geht ja noch Vor mir ist Paris, ey Oh What the fuck Was? Oh, das hättest du sehen sollen Ich seh's ja denn irgendwann Alter Schwede, das war als Glück, dass ich keinen richtigen Dreher hatte Ich hatte so einen halben Dreher Faktor 3 bist du schneller Ja Ja Aber ich hab dafür einen Platz verloren Wegen dem scheiß Halten Dreh, ey Oh, ist nicht gut Also bist du jetzt zweit, oder was? Ja Dafür hab ich jetzt DRS? Oh yeah Du kleiner LOL Das war ich net Oh Oh Die Führung übernommen ist fantastisch gemacht Oh Zu spät gebremst und ich hab Masse leicht berührt, aber ich hab gar nicht draufgekommen Oh, vor mir sind Paris und Maldonado Denn Maldonado kannst ja easy überholen Paris auch Aber wenn die nicht immer 10km davor abbremsen würden, ey Oh Oh, Alter, was ist denn jetzt? Na, komm, wo mich doch Ich bin, Alter Was, Vettel, ist jetzt schon über die Ziellinie, what the fuck? Oh 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 Vielen Dank.